Hallo, David hier von PharmaSports. Heute geht es mal um das Produkt TRIBO3000 von EXXSport. Es wird bei vielen auch Hardcore-Extrem-Tribulus genannt, 6000mg. Warum 6000mg? Weil viele einfach dreimal zwei Tabletten am Tag nehmen und dann hat sie eben 6000mg. Eine Tablette hat 1g und davon sind reine Sabonine 85%, also 850mg. So sieht die Packung aus. Ich zeige es euch mal, hier habt ihr es immer, in echt, also wie auch das dargestellt. Das zum Beispiel ist jetzt ein Review einfach mal von ein paar Kunden, aber auch in diverse Foren, wo das Produkt gerade, das ist der Test und so weiter und so fort. Hier kommen wir direkt jetzt mal zu dem Produkt. Das Produkt kostet zur Zeit bei uns 23,90mg. Wie immer mit TIS-Preisgarantie, wenn ihr es irgendwo anders günstiger seht, bekommt ihr es bei uns noch günstiger. Plus Bonus natürlich. Sind 300 Tabletten drin, hat eigentlich super gute Bewertungen, außer 1,2mg. Aber ja, guckt euch das Produkt mal an. Wer auf TRIBOX steht, empfehle ich einfach mal. Hat zur Zeit einen guten Preis. 300 Tabletten 1g. Mehr gibt es da eigentlich auch erstmal nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, gib mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.